Der grüne Habeck spricht inzwischen und ich muss sagen, wo er recht hat, hat er recht, auch wenn er grün ist. Patriotismus auf nationaler Ebene ist heute zu klein geworden. Ein guter Deutscher muss heute auch Europäer sein. Also brauchen wir neben dem nationalen das Pflänzchen europäischer Patriotismus, europäische Handlungsfähigkeit additiv zur noch bestehenden nationalen Souveränität. Die Aufgaben sind heute, wenn man ganz nüchtern als Wirtschaftler das analysiert, viele der zentralen Aufgaben sind objektiv mit nationalen Bordmitteln nicht mehr erreichbar. Dann ist einfach logisch zu sagen, wenn die eigenen Mittel nicht ausreichen, dann müssen wir das zusammentun mit Partnern und Freunden, um unsere Ziele gemeinsam zu erreichen.